Ich möchte mal in dem Zusammenhang noch über ein neues Projekt der EU informieren, für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Nachdem ACTA nun nicht ACTA gelegt ist, so gut wie, gibt es ein neues Projekt, das nennt sich Clean IT. Clean IT soll bis 2014 komplett installiert sein. Und dafür sorgen, dass die Internetprovider gezwungen sind, illegale und terroristische Inhalte aus dem Netz zu nehmen. Um das jetzt schon umzusetzen, weil man mit den demokratischen Prozessen nicht viel weiter kommt, illegal und terroristisch wird hierbei nicht genauer definiert. Das heißt, sie werden gebeten, das zu machen, sie werden unter Druck gesetzt, uns ruhig zu halten. Das heißt, es betrifft auch die alternativen Medien, das trifft die Protestbewegungen, ganz stark, die natürlich gegen dieses System arbeiten und deswegen vielleicht als illegal eingestuft werden. Wer weiß das schon. Nehmen wir mal an, ich habe eine Seite, das passiert gerade in Russland aktuell mit der Drogenpolitik, eine Seite, die das antikapitalistische System anprangert. Die nehmen sie einfach vom Surfer. Ich habe leere Taschen, ich kann mich nicht wehren, ich kann nicht zu Gericht gehen und sagen, ich will die Seite wieder da haben. Ich kann es mir nicht leisten. Das heißt, die Seite bleibt verschwunden. BGE! BGE! Kannst du mir das? Erst doch mal, das kommt immer bei dem Thema. Man kann sich nicht leisten, man kann sich nicht leisten zu demonstrieren oder aufsässig zu sein, weil man keine Kontakte von der Gesellschaft. Ja, da gibt es viele, da gibt es viele ohne Probleme. Also das ist nicht pauschal, wenn es nicht stark ist. Also das ist sehr weit, weil die Direktion ist. Ja, ich weiß, wobei es so ist. Ja, ich weiß, wobei es so ist.